Hallöchen und herzlich Willkommen bei Realistisch und Schwer, Kerbal Space Program, Real Progression One, Realism Overhaul, Real Scale Solar System. Ich habe beim letzten Mal schwerwiegende Fehler gemacht. Die werden wir heute nicht wiederholen. Mir sind einfach ein paar Sachen nicht aufgefallen. War es so, dass wir uns abgequält haben mit dem Flugzeug, dem Raketenflugzeug, was wir gebaut haben und so und dann so, oh Mist, der Airdrop hier. Haben wir die Forschung reingeguckt und dann irgendwie bei Airdrop gesehen, oh fuck, das unterstützt nur 11,3 Tonnen. Das geht ja gar nicht. Und ich habe das auch noch falsch gelesen. Im letzten Stream habe ich gesagt 11,7 Tonnen unterstützt ist und nicht 11,3 und dann haben wir bemüht unter 11,7 Tonnen zu bleiben und trotzdem ging der Air Lounge. Ich habe gar nicht gesehen, dass wir im Stream davor bereits ein Flugzeug hatten, das deutlich mehr als 12 Tonnen wiegt und der Air Lounge trotzdem funktioniert hat. Das heißt also, wir haben unser Flugzeug verschlimmbessert. Das heißt, wenn ich es schwerer gebaut hätte mit mehr Sprit und so, hätten wir vielleicht, nur ganz vielleicht, die 35 Kilometer Auftrag hinbekommen. Aber dem widmen wir uns heute nicht. Ich habe erstmal ein bisschen die Schnauze voll vom Flugzeugbau. Was wir tun können, wir werden mal schauen. Ich habe mir heute so einen kleinen Plan gemacht, womit wir uns beschäftigen. Und es sind ein paar schöne Sachen dabei. Das ein oder andere auch herausfordernd. Wahrscheinlich wird das ein oder andere explodieren. Ist halt einfach so. Und ich bin mir nicht sicher, ob wir heute den Satelliten schaffen, aber das habe ich jetzt eben erst kurz bevor ich den Stream losgestartet habe festgestellt. Ich habe mir aufgeschrieben, was wir für die Rakete und so brauchen. Und dann ist mir aufgefallen, dass wir ziemlich weit hinten in unserer Research Queue sind. Nämlich, wir brauchen für unsere erste Rakete. Orbital Rocketry. Das haben wir noch gar nicht gekauft. Wir haben beim letzten Mal diese Missionen abgeschlossen, dass wir suborbital eine Rakete zurückholen an Fallschirmen. Das hat beim dritten Anlauf geklappt. Und wir haben die 3000 Kilometer Downrange geschafft. Und dafür haben wir 23 Wissenschaftspunkte. Erstmal kaufen wir hier Orbital Rocketry. Aber das müssen wir erst erforschen, bis wir zu Satelliten hinkommen können. Ja, ja. Satellite Area Science ist das nächste. Und Early Avionics und Probes. Das heißt, diese beiden Sachen möchte ich kaufen. Und dann Orbital Rocketry, da brauchen wir 12 für. Da haben wir jetzt schon quasi jetzt unsere kompletten Wissenschaftspunkte einfach mal rausgehauen. Und wir haben super viel, was wir noch erforschen müssen, bevor wir überhaupt sowas anfangen können. Hier, guck mal. Die Tech Tree ist sehr, also die Tech Warteschlange ist relativ lang. Und wir sind noch nie mal bei Basic Rocketry. Erstmal ist Early Material Science dran und dann kommt Basic Rocketry und dann kommt Early Solid Rocket Engines. Okay, das ist ganz gut. Und dann Avionics Prototypes brauchen wir auch. Wir nehmen mal Basic Solid Rocket Engines. Die können weiter nach hinten. Und Mature Supersonic Flight auch. Was ich gerne machen wollen würde, wäre Satellite Area Material Science hoch. Und dann können wir nämlich unsere Raketen bauen. Das müssen wir erst erforscht haben. Das dauert ziemlich lange. Und dann kommen die anderen Sachen. Aber ich werde anfangen, mal ein bisschen was an Wissenschaftspunkten auszugeben. Ja, jetzt habe ich schon total, total direkt angefangen, was der Plan ist und was die Problematik ist. Jetzt gehen wir mal in die Aufträge. Und aktiv haben wir X-Plains High 35 Kilometer. Wenn wir den fehlschlagen, werden uns 6.224 abgezogen. Wir haben genug Geld. Den geben wir mal zurück. Ja, äh. Den geben wir mal zurück, weil wir brauchen drei Lehre. Ich möchte mich nämlich einigen interessanten, äh, Aufträgen heute erst mal widmen. Holen wir uns mal gerade unsere, ähm, große, nicht die Shorty, sondern die hier. Äh, die Space Pen. Und gucken mal, mit was wir die geladen hatten. Und daran machen wir dann fest, welche Aufträge wir gleich annehmen. Also hier oben drin war... So, wir haben hier unten Sounding Rocket Playload 669. Und die hier funktioniert ja ziemlich gut. Beziehungsweise, was wir machen können, ist, die auch noch etwas überarbeiten. Weil wir haben ja jetzt ein 60 Tonnen Launchpad. Und, ähm, genau. Das werden wir gleich mal tun. Aber erst mal, bevor wir irgendwas bauen oder simulieren oder ausprobieren, werde ich erst mal Aufträge annehmen. Ja, genau. Cioge sagt es richtig. Es ist eine Aufgabe für Zukunftsandrehen. Downrange Distance. Wie gesagt, wir haben noch nicht alle Teile. Wir müssen noch sehr, sehr viel Wissenschaft machen für die ersten Satellitenaufträge. Wir können einen Downrange Auftrag machen. Da können... Wir haben die ganze lange Rakete, die, 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 die Space Pen komplett getult. Wir werden sie jetzt zwar noch gleich mal überarbeiten, aber, ähm, wir können die relativ effizient bauen. Das heißt, warum nicht ein bisschen Kohle einheimsen mit diesen Sachen. Und dieser, äh, Downrange Distance, äh, Difficult ist 685 Units Sounding Payload. Ah, ist genau ein bisschen zu viel. Und wir müssen 600 Kilometer schaffen. Wenn wir die Intermediate auswählen, sind es 320 und 570 Kilometer. Da kriegen wir... Ah, ist aber nicht wirklich viel weniger. Das heißt, die hier nehmen wir mal an. So, und dann verschwinden eine, äh, genau. Jetzt, jetzt haben wir nur noch die, äh, Möglichkeit, also wenn man davon einen annimmt, dann muss man den erstmal machen. Und dann sind wieder nur die X-Plains, äh, am Start. So, wir gucken uns jetzt mal die Space Pen an. Und, äh, werden jetzt quasi damit kleine Downrange Aufträge machen, um A, ein bisschen Geld einzusammeln und B, noch ein bisschen Forschungspunkte zu generieren. Ich meine, wir hatten jetzt durch den Abschluss dieser Aufträge, die wir gemacht haben, ordentlich was, äh, abbekommen. So, diese Engine, die wir hier unten drin haben, die brennt 83 Sekunden. Also 1 Minute 23. Wir haben, ah ne, wir haben 1 Minute 21. Das ist ganz gut. Äh, wir könnten, die hier, die ist jetzt 19 Tonnen. Wir könnten sie noch ein Stück weitermachen. Das heißt, sie könnte noch ein bisschen mehr brennen. Ähm, wenn wir nämlich hier einfach den Tank noch ein Stück verlängern. Wenn sie 1,23 Burn Time hat, dann können wir plus 5 Sekunden ungefähr, schafft jeder Raketenmotor zusätzlich. Ähm, und das heißt also, 1 Minute 28 können wir uns leisten. Dann wird die Rakete über 20 Tonnen. Aber das ist nicht so schlimm, weil wir haben ja ein 60 Tonnen Launchpad. Mein Gott, heute ein Frosch im Hals, ey. So, dann gucken wir mal. Äh, 10 Meter 70 ist sie jetzt. So, 11 Meter 60 könnten wir sie lang machen. Dann kommen wir noch ein Stück weiter. Wir haben, nicht voller Hoffnung, immer noch den Fallschirm drin. Und, äh, die Flügelchen, die würde ich mal etwas leichter machen. Auf 0,2, weil ich hoffe dann, das ist mir dann mal aufgefallen, ich hoffe dann mit 0,2 und auch dieses hier, äh, Density ist schon erniedrigt. Ich kann die, äh, Gewicht-Kraft-Multiplikator, kann den runtersetzen und die Flügel sind dann quasi zerbrechlicher. Das heißt, beim Wiedereintritt hoffe ich, dass die Flügel früher kaputt gehen und sich die Rakete früher querlegt, sodass wir vielleicht mehr, ähm, oder ein paar Mal öfter den Fallschirm nutzen können, um tatsächlich etwas zurückzuholen. Das wäre so meine Idee. Ich bin mir nicht sicher, bei welcher Rakete wir waren. Ich nenne das jetzt einfach mal 13. Einfach, weil 13 eine schöne Zahl ist. Ähm, und die hier nennen wir mal 2.2, weil wir haben sie etwas länger gemacht. Äh, wir sind bei 1,1, äh, 21,328 Tonnen. Ähm, genau, damit werden wir diesen, äh, leichten Downrange-Auftrag erledigen und dann gucken wir mal, wie weit sie fliegt. Und dann nehmen wir wahrscheinlich das nächste Mal einen Difficult an. Da gibt es dann nochmal 10.000, äh, Weltraum-Dollar mehr für. Und, ähm, dann ist das gut. Gut, ja, also diese Rakete hier werden wir wahrscheinlich toolen müssen. Nein! Die müssen wir nicht toolen. Großartig. Die braucht 100 Tage und, äh, 4 Tage Rollout. Kostet 1700. Das ist überhaupt gar kein, äh, gar kein Thema. Das heißt, ähm, wir wissen, dass die fliegt. Ich glaube, wir müssen jetzt nicht anfangen, die zu simulieren. Ich würde die tatsächlich jetzt einmal speichern und dann so bauen und wahrscheinlich zwei Stück davon bauen, weil dann machen wir zwei Downrange-Aufträge hintereinander. Beziehungsweise wir gucken vielleicht auch mal nach dem Biological Capsule-Auftrag. Den habe ich jetzt eben nicht angeklickt, aber den gucken wir uns an, sobald wir den anderen, äh, geschafft haben. Hier will ich nochmal reingucken, welche Experimente uns denn zur Verfügung stehen. Wir haben im Moment Thermometer, Barometer, Massenspektrometer. Und das ist auch wirklich alles. Wir forschen gerade noch an mehr Experimenten. Und ich habe auch nochmal was eben in die Research Queue, nämlich Satellite Area Science, reingeschmissen. So, das heißt, die ist so fertig. Die hat jetzt, äh, mehr Delta V als vorher. Und, äh, dann bauen wir die mal. Also, starten. Jawohl. Die ist in der Building List. Sehr schön. Ohne Simulation. Jaja. Ähm, ich glaube, ich weiß, was ich tue. Und jetzt wird's noch, jetzt wird's noch schlimmer. Die hier. Äh, Duplicate. Und dann machen wir hier Rename 14. Safe. Das heißt, wir bauen direkt eine zweite Version davon, um sie zweimal zu starten. So, und jetzt, wir haben Geld bekommen von diesen Aufträgen. Ich möchte davon einiges in Upgrades investieren. Und zwar, äh, so sieben Upgrade-Punkte. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Dann haben wir noch 127.000. Komm, neun. Dann haben wir noch 107.000. So, und davon stecke ich, wir haben neun Stück, davon stecke ich vier in, äh, das VAB, also wie schnell wir unsere Raketen bauen. Und fünf in die Wissenschaft, damit wir mit der Wissenschaft ein bisschen vorankommen. Jetzt sehen wir die Höhenforschungsrakete. Die erste, die hat eben 100 Tage gebraucht. Jetzt braucht sie nur noch 85. Und unsere Tech ist deutlich schneller. Wird jetzt deutlich schneller erforscht. Also Basic-Rocketry dauert nur noch 100 Tage. Das heißt, ähm, da kriegen wir schon, äh, einiges an Antrieben mehr. Dann, ähm, Early-Solid-Rocket-Engines ist ganz nice. Ähm, brauchen wir nicht zwangsläufig. Aber ist vielleicht ganz cool, die anderen Satelliten dran zu machen, als, als quasi letzten Kick-Motor. Genau, Avionics-Prototypes brauchen wir. Und dann kommt Satellite, äh, Area Materials. Das waren eben noch über 500, äh, Tage. Jetzt sind's, sind wir runter auf 340 Tage. Und mal gucken, was wir an Geld einnehmen. Ich möchte so auf, ne, komm. So, ich nehme noch, noch einen Punkt, stecke ihn noch in, äh, R&D. Jetzt sind wir schon runter auf, also ordentlich runter, äh, was die Wissenschaft angeht. Ich möchte so zwischen 80 und 100.000, äh, bleiben für das, was wir an Technologie noch dazukaufen müssen. Ähm, und, äh, wir müssen auch, naja, also, äh, unseren ersten Satelliten kriegen wir vom 60 Tonnen Launchpad gestartet. Aber sehr bald danach brauchen wir auch schon ein 150 Tonnen Launchpad. Das heißt, dafür brauchen wir auch noch in irgendeiner Form Geld. Ja, also, Auftrag ist angenommen. Rakete ist aus der Konserve gebaut, quasi. Äh, aus der Konserve geladen und wird jetzt gerade hier im, äh, Gebäude gebaut. Also, äh, Warp 2. Es sind ja noch 15 Jahre bis zum Mondflug. Das stimmt, Horstie. Ja, das stimmt auffallend. Korrekt. Es wird aber wahrscheinlich noch ein, zwei Jahre vergehen. Wir haben jetzt gerade, äh, Anfang Januar 1955, nach der Uhr hier in, äh, ähm, Real Progression 1. Es werden noch ein, zwei Jahre vergehen, bis wir unseren ersten Satelliten starten. Also, ähm, ich weiß nicht, wann, äh, wann Sputnik gestartet ist. Und auch nicht, wann der erste amerikanische Satellit gestartet ist. Siebenfünfzig. Okay. Das heißt, wir sind theoretisch noch im Zeitplan. Das heißt, wir könnten es tatsächlich schaffen, äh, ähm, dass wir vielleicht, 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 äh, unseren ersten Satelliten gestartet bekommen. Das wäre großartig. Sieht ganz gut aus. Wir haben jetzt gerade Anfang 55. Und wenn wir noch ein bisschen Geld einnehmen, äh, dann wird das gut. So. Bevor wir jetzt starten. Längere, äh, Rakete. Ach, wir, ich hab, ich hab schon so viele Screenshots gemacht von Raketen, die auf, äh, äh, die auf, ähm, Launchpads stehen. Ähm, so. So, das machen wir nicht. Jetzt nehmen wir erstmal MacJab Ascent Guidance. So, wir machen mal hier die Aufträge. Und wo ist der Downrange Auftrag? Da, 570 Kilometer. So, Limit to 6 Grad. Ähm, ich möchte, dass er durchstuft bis zur ersten Stufe. Was wir vielleicht machen könnten, wäre, eine von diesen hier nochmal versuchen, Bremsfallschirme in irgendeiner Form dran zu kleben. Ähm, das hat letztes Mal nicht so gut funktioniert. Aber, naja, oder wir machen irgendwie. Okay, Luftbremsen, keine Ahnung was. Ähm, jetzt fokussieren, erstmal diese Rakete starten. Ist hier alles okay? Ja, keine Circulation, äh, Orbital Altitude hoch. Ähm, müssen wir kurz nach unserem Ascent Path gucken. 42. Ja. Das ist ganz gut. 42 gefällt mir. Engage Autopilot. Und ich will mir die Wissenschaft angucken, die da dann so läuft. Ähm, Massenspektrometrie braucht noch eine ganze Weile. Und, äh, Biological Sample Capsule fängt erst an über 40 Kilometer. Also, dann, äh, 3, 2, 1 und los. Ja, ähm, auch eine wichtige Lektion. Wenn man seine Rakete schwerer macht, aber die Avionics nur auf 20 Tonnen ausrichtet, weil wir vorher nur ein 20 Tonnen Launchpad hatten, dann muss man das auch noch ändern, wenn die Rakete schwerer ist. Weil, jetzt ist sie zu schwer und, äh, anscheinend macht dann MacJab einfach den Schub wieder aus, wenn er sie nicht steuern kann. Äh, und man nicht simulieren will, genau. Ich werde das nie wieder tun. Haltet mich auf, wenn ich sage, ah, ich glaube, wir müssen sie nicht simulieren. Einmal simulieren kann ja überhaupt nicht schaden. Also, ähm, nicht Flug fortsetzen, Flug zurücksetzen, auch Start zurücksetzen. Dann werden wir sie von Hand fliegen. Aber es war so klar, oder? Es war so klar. Hm. So. Dich brauche ich nicht. Die Aufträge brauche ich. Hier. Dann war ich doch mit meiner Intuition, dass es gut ist, dass ich das, äh, das Gamepad habe, gar nicht so schlecht. Das heißt, wir klemmen das hier hin. Bereiten alles vor. Und. Ja, achso. Da oben ist noch ein, ähm, das und das. Das hier ist der Auftrag. Dann werde ich dieses Ding hier von Hand fliegen. Ich weiß, dass ich sie, solange wir noch über 20 Tonnen wiegen, nicht lenken kann. Das heißt, sobald wir unter dieser Masse sind, was sehr, sehr schnell geht, ähm, ist sie dann kontrollierbar. Und das heißt, ich werde versuchen, sie nach oben zu steuern. Und vielleicht schaffen wir dann 570 Kilometer Downrange. Okay. Gucken wir mal. Äh, zum Glück habe ich sie nicht gleich zweimal gebaut. Ja. Aber ich kann sie ja Gott sei Dank editieren. Auch wenn sie schon ein bisschen fertig gebaut ist. Gott sei Dank. Also. Und Raketenmotoren start. Und. Los geht's. So, wir sind zu schwer. Und. Jetzt sind wir nicht mehr zu schwer. Jetzt kann ich sie. Also wir sind nur ein paar hundert Meter, mussten wir hochfliegen. Und dann kann ich schon anfangen, sie zu steuern. Und, ähm. Tja, dann fliegen wir sie mal von Hand. Nicht wahr? Na, falscher Blickwinkel. So. Bin ich immer irritiert, wenn man nicht auf die richtige Seite der Rakete guckt. Zum Steuern. So. Äh. So, wo sind wir mit der Apoapsis? Okay, wir sind schon sehr, sehr hoch mit der Apoapsis. Äh. Ich kann mal versuchen, flacher zu werden. Und wir haben nur noch 14 Sekunden. Oha. Keine Ahnung, wie das so wird. Okay. So, sehr schön. Da haben wir Brennschluss. Apoapsis ist auf 249 Kilometer hoch. Von Hand fliegen ging ganz gut. Wir haben schon 50 Kilometer hoch zurückgelegt. Und wir sind noch drei Minuten bis zum höchsten Punkt. Und wir taumeln so ein klein bisschen in der Atmosphäre herum. Das ist ja vielleicht auch ganz schön für den Wiedereintritt. Rudi von Sackgesicht. Schönen guten Abend. Du hast noch keinen Absturz verpasst. Du hast, äh, ein... Rakete will nicht vom Loungebett losfliegen, weil ein klein wenig zu schwer für den Autopiloten. Ja. Ähm. Genau. Happy Number. Ich kann MacJab nicht funkt, äh, benutzen. Beziehungsweise ich hab noch nicht den Knopf gefunden, um bei dem Auto-Ascent... Ähm. Der macht die... Der macht den Schub weg. Wenn er keine Kontrolle hat, macht er den Schub weg. Dabei müsst ihr ihn einfach nur brennen lassen, bis er dann Kontrolle hat. Aber, äh, MacJab macht den Schub. Der Rakete auf Null, wenn er keine Kontrolle hat. Das ist so ein bisschen blöd. Achso, ja, aber nachdem die Rakete leichter wurde. Ja, das stimmt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich's dann, äh, 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 quasi starte und dann schnell, äh, Autopilot anmache... Von Hand fliegen ging ja jetzt auch einigermaßen. Und, wohlgemerkt, wir haben die Heckflügel jetzt, äh, leichter gemacht. Hoffentlich führt das dazu, dass diese Rakete auf eine sehr angenehme Art und Weise in der Atmosphäre auseinander bricht und wir so einiges von dem, was von der Rakete übrig bleibt, nämlich vornehmlich auch die Experimente, die hier gerade wild vor sich hin forschen, ähm, recovern können. Und, äh, das, äh, wäre ganz gut. Ja. Aber, Happy Number, theoretisch könnte ich auch im Flug dann quasi den Autopiloten anmachen, aber das hier ist die letzte Rakete. Ich werd's bei der nächsten Rakete, die ich schon in der Building Queue habe, fixen. Werde ich machen. Und vielleicht ist es eine gute Gelegenheit, nochmal Drogueshoots auszuprobieren. Wir gucken mal. So, auf jeden Fall sind wir hier wild im Orbit. Ich mach mal ein bisschen, äh, Vorschub. Jetzt sind wir gleich am höchsten Punkt. Oh, noch 10 Sekunden bis zum höchsten Punkt. Jetzt sind wir gleich am höchsten Punkt. Jo, 570 Kilometer schaffen wir. Schaffen wir locker, obwohl ich das von Hand geflogen habe. Also, wir sind hier bei 300, 350 fast schon. Das heißt, also, jetzt, jetzt befinden wir uns wieder im Sinkflug. Wir sind ganz schön hochgeflogen. Äh, hupsi, das wollte ich nicht. Wollte nicht so eine heftige Vorspulung machen. Und wenn wir jetzt mit dem Hack eintreten, wäre das wundervoll. Ja, und wir treten mit dem Hack ein. Oh, großartig. So, ich hoffe sehr, dass dadurch, dass wir die, äh, dass wir hinten die Flügel, äh, leichter gemacht haben, also zerbrechlicher, ja, dass die beim Wiedereintritt eher kaputt gehen. Und wir dann anfangen, weil diese leere Rakete, also ohne, äh, ohne Treibstoff drin, ist ohne die Flügel, tendiert sie mit dem sehr schweren Raketenmotor voranzufallen. Und das würde uns sicherlich, äh, sehr helfen. So, ich will jetzt gleich nochmal kurz auf Pause machen, sobald sie anfängt, sich auszurichten, beziehungsweise wir die, äh, Wiedereintritts, ähm, äh, Effekte sehen, äh, um dann noch einen Screenshot zu machen. Ich habe gelernt, Screenshots machen mit Pause hilft. So, jetzt sind wir auf, keine Ahnung, ob das, habt ihr es gesehen? Die Flügel sind sehr, sehr schnell kaputt gegangen, das hat die Rakete instabil gemacht, der, der Tank ist kaputt gebrochen und was übrig bleibt ist, oh, und die Spitze ist sogar auch abgebrochen. Nur die wichtigen Teile sind übrig geblieben, der, die Avionics mit der Wissenschaft drin, oben die Biological Sample Capsule, selbst die Spitze ist abgebrochen und die Fallschirme sind intakt. Ich denke nicht, dass das so intendiert ist. Ich denke nicht, dass das so gewünscht ist, aber, ähm, ja, man, äh, man tut, was man kann, ne? Leute, noch nicht zu früh, Teilapplaus, noch ist das Ding nicht unten, noch haben die Fallschirme nicht funktioniert, weil, guck mal, das sieht jetzt, ist jetzt nicht so, als ob das eine super vertrauenserweckende, äh, Geschichte ist. Ich mache nochmal hier, äh, diese Lücke finde ich ganz gut. Ein Screenshot. Na? So. Ähm. Ja, kann man ruhig mal klatschen, okay, kann man ruhig mal klatschen, alles klar. So. Fünf Kilometer, da können wir den Fallschirm ziehen. Ähm. Ähm. Hui. Ich denke, ähm, das ist so, ähm, baut Energie ab, ja. Es sieht aber nicht so aus, als ob es in irgendeiner Form Energie verliert. Achso, es fällt ja auch noch weiter, ne? Also die Fallschirme gehen dann, äh, bei, bei tausend Metern, äh, wirklich auf und dann sollte dieses Wilde drehen, ähm, ich zoome mal ein bisschen weg. Dann sieht das auch noch mal lustiger aus. Juhu! So, und jetzt hoffentlich, wenn sie aufgehen, hört das wilde Drehen auf. Ja. Ja. Die Kapsel dreht weiter, wie bekloppt, wie man da unten sieht. Äh, und die Fallschirme auch. Gott sei Dank, ähm, können die das ab. So. Vierfache physikalische Zeitbeschleunigung, damit wir auch mal irgendwann unten ankommen. Oh Mann, ey, Duddle Nation, das sind sehr, sehr schöne, sehr, sehr viele schöne, äh, drehende Emotes, die du da hast. Dankeschön. Ja, wenn ich da einen Piloten reinsetze, dann, 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 ähm, so langsam, wie das dauert, dass er an den Fallschirmen, die Kapsel endlich unten ist, ähm, hat er mehr als nur sein Frühstück ausgekotzt, sondern wahrscheinlich komplett sich. Oh Gott, wie viele rotierende Emotes gibt es eigentlich? Aber so schnell, es geht, oder? So schnell rotiert die jetzt gar nicht. Also gut, dass diese Leinen hier keine wirkliche Kollisions, äh, Abfrage haben, sonst, äh, werden wir schon eingewickelt und, äh, würden sehr, sehr schnell runterkommen. Ja, bis zum Pilotenflug haben wir bestimmt Top-Raketen. Da gehe ich einfach auch mal von aus. Oh nee, wir sind langsamer geworden, was die Rotation angeht, wenn mich nicht alles täuscht. So, und da sind wir aufgeschlagen im Wasser, super, Fahrzeugbergen, Normal Recovery. Ja, ich, sobald wir auf bekörbelte Missionen oder bemannte Missionen, aber ich nenne das gerne bekörbelte Missionen, gehen, äh, da sollten wir dann auch nicht mehr solche Scherze machen mit, ja, und dann mache ich die Flügel etwas, etwas schwächlicher, damit sie dann an der richtigen Stelle beim Wiedereintritt abbrechen und, ähm, ja. Oh, okay. Äh, wir haben einiges an Wissenschaftspunkten bekommen. Biological Sample Earth im Flug hoch und Biological Sample Earth im Weltraum tief. Cool. 12,5 und wir haben einen Upgrade-Punkt gekriegt. Juhu. Äh, ja. Ah, da kann man wirklich mal klatschen. Und ich bin mir nicht sicher, ich glaube, ich möchte es in R&D stecken, weil wir da einen Nachholbedarf haben. Also, den Umsonst, äh, Forschungspunkt stecke ich jetzt einfach mal in die Tech, dass das schneller, äh, ähm, dass das schneller geht. So, und jetzt nehmen wir uns hier die Nummer 14 vor und editieren die mal, damit uns das nicht nochmal passiert. So, und dann schauen wir uns hier Antes mal an. Vielen Dank.